willkommen ich habe irgendwie anders in erinnerung gab wie wir machen okay ja willkommen zu party 8 er ist ja gut gerettet wir sind hier in der ja schon mal wer anfängt ich okay das wird genauso wie ein einzig spieler wenn man sich die dinge holen muss ja die hotels also wo ist das nächste hotel da ist es also deswegen hat sich aufgeregt jetzt als erster zum hotel gehen kann heil satan du bist im zug so hat man eine muss haben wir können ich glaube ich das beste wäre wenn ich jetzt alles reinpacken würde dann könnt ihr ja nicht kaufen hier check my money check my money ja mein geld aber noch keine familie entfrieden schutzgeld ich glaube das könnte ein bisschen das sind sehr ansprechend werden ja weil wir werden die ganze zeit sterne hin und her gewechselt ganz richtig hat ich hab nix doppelder sieg da bist du nicht das schon so ausgeholt irgendwie da wäre es auch da kann passieren ja ich bin auch weiß aber ich bin tot er ist noch am leben gewendet das meine hotel wir machen wir machen wir machen jetzt aber super jeder genau seine zahl drin war verdammter weg naja falls sie sich wussten ab 20 längsten wird das hotel vergrößert das bedeutet dann hat man zwei sterne nicht richtig und ab 50 wer ist drei aber wir sehen jetzt wenn du erzählen reinpackst wegen leuten das dann immer noch dir da muss mich jetzt übertrumpfen ich habe nichts reingezahlt weil ich heute nicht weil eigentliche planen war es erst lange erst eine kleine zahl zu befinden und dann das hotel zu können das ist mein lust begangen aber leider kann das mario noch machen land und betreten alle im ersten spiel gegen dich an okay die dinge an tippen dann habe ich nach muss die dinge an tippen ich habe die beiden bots bei mir hier weh ihr beiden bots wir vermasselt hat na heute haben wir alles den kann ich nicht so ist auch mario also er wird das kommt du auch los schnapp ihn dir alter nein das tötet den klempner nein nein ja das gibt's doch nicht ja ich habe mir klemmt nach den schieße ich von hier oben abwarte auch die bergner hätte besser laufen können und jetzt kann der märkte ja und er kann es aber er kann auch sogar zwei stellen urteile machen ich merke ich kann glaube ich gar nichts machen wo ich kein münzner von das ist gar nichts ich habe da rechts ist ein rotes dinge das ist ja eh nix natürlich eigentlich aber ich brauche münzen ich weiß schon ob er landen will aber auch erschaffen wird man macht und das feld das bringt sich zu einem geheimen ort wo ein drei sterne hotel steht und zwar direkt also das ist direkt ein drei sterne hotel also ja dann sind diese dinger die einen kostenlosen sterne geben oder irgendwie so eine menschleinzeigen dann hast du direkt drei sterne die straße mit gott gepflastert sind kommen jetzt okay ich gehe nicht mit dem man dir nicht beibacht nicht mit fremden leuten ins auto zu steigen und was er bringt mich zu einem ort mit gold das ist eine straße weiter ein geheimer ort als einfach nur wenn du nach links guckst dann ist es halt auch wer niemand will hotel mario haben schon mal gespielt aber ich weiß nicht gut ist muss man nicht tun zu machen ganz ja das muss man tun zu machen und macht er auch sogar ein zweistellen hotel dieses hotel gehört jetzt mir und ich will kann man maximal haben wenn man da hundertmünsten alle zeit ist endgültig dir dann kann man dir dieses hotel nicht weg klauen aber dann zehn sterne man kann insgesamt 15 sterne bekommen weil es hier fünf hotels gibt es mit plus zwei zwei geheimen orte weil ich mich alle gegen mich die toten könnte dem dieser stimmt ich bin da schon tot ich bin doch schon fast oh man nach diesem film werde ich mir nie wieder ein bier ich nehme zehn ja genau zehn ja hey starten sie bitte die motoren warte mal der erste ist okay ich glaube wenn er so fast die kündigt meine kollegen dann fehlt mir noch nein gemacht wie schnell man muss dazu sagen dass ich auch nur ein kleines feld habe aber auch ich bin alleine und gut aus geister geister toast toast wenn ich mal damit nur angeboten ist nur drei minzen hast ja mein geld in ein hotel investiert diese technologie für nur eine münze möchtest du kaufen aber ich bin zwar ich bin gleich platz 1 erst mal die ganzen dinge vorbeikommen auch geld für dinge ausgeben ist das eine gute idee platte bonbon das gar keine so schlechte investieren mich für mich 1 sehr gut naja immerhin bin ich dort gold ist der online bekommt sich jetzt mein ding ist weg oder was passiert wenn man auf einen doppelfeld kommt ich weiß nicht ich werde es doch nicht sagen da arbeiten wir den zu sushi ich mag kein sushi ich auch nicht ich mache kein fischer gemein was ist mir falsch gelaufen dass es lecker da gibt es also eine alte diskussion die ich mit anderen kollegen ab und jetzt auch mit mir und zwar was ist es für fisch ist hat fleisch oder ist das fisch ja jetzt mit einem kollegen von mir erfahren würde er wird sich jetzt aufregen bei fisch bei fleisch vom fisch ist da auch immer noch fleisch er versucht hat mal jemanden anderen hier zu erklären irgendwie schon ich bin da nicht gut aber ich will auch davon nichts verdient oder volle abfrag eigentlich wir kommen ja hier an alle münzen die man eventuell für die hotels ja eine ganze zeit hier das spiel ist nur dazu angelegt um diese hotels zu kaufen ja natürlich möchten sie unser stück wir nehmen einmal mein geld mysterien fisch fleisch ich investiere in spaghetti aber ich hätte mir vielleicht eine münze aufwahl sondern falls jetzt noch ein hotel vielleicht noch zum hotel kommt was natürlich gleich passieren könnte meine strategie ist so schnell wie möglich an jedes hotel von beinausen als hier rein spenden und ich habe drei münzen ich habe gut investiert und 25 du hast die erwecken der münzen eines gegen das vernichtet und ich habe drei stück ich glaube der geht auf der 15 hotel so weg los oder risch hat ganz raus ich muss das hotel verteidigen das hätte abgenommen mein gott wie aufnahmen er fehlt zumindest nach dem kommt aber ist hier ein hausen kohle für dich ich habe uns hier zu überraschen los nehmt schon einfach so ja wahrscheinlich weil du die meisten wissen dass wir sehen uns kollege bin ich bin ich der einzige im moment nehmt mario lauten hotel mario lauten 1 ich habe auch hier nimm mein geld als ob es brot wäre so eigentlich voll wenig da einpacken müssen ja aber was ist wenn wir brauchen wenn jetzt gehört mir drei sterne muss natürlich auch mal so viel glück haben wir ja dann einfach nicht wahr sein okay ist die straße weil ich gehe mal weiter wenn ich mal fahren werde und sterben ja wir kommen ein hotel nur zwei münzen hast du so viel mein geld wie sei die städte geht es mir schon vier sterne ja ja und du verlierst auch ein stern dritte oder vier tonne erste war übernehmen paar münzen hat und der pump gar noch auch so wegen wir tun nur die wir tun nur die weil sie nicht die gerissenen und die hinterhältigen überleben so läuft das hier auf dem markt ist keine strand party oder irgendwie so weit so wie am letzten machen und hat hier ist dass ihr das ist krieg das ist das business 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 bis oben links ich bin unten links wollte sie nur gesagt haben falls es vergessen ist ich habe sich immer den typen Du hast mich nie wieder zurückgezogen. Du hast mich nie wieder zurückgezogen. Du hast mich nie wieder zurückgezogen. Sieg! Das war knapp. Oh nein, Gott! 37 Dr. Ha, ha, ha controlled Schlimmer. Ich glaube, er ist plötzlich das Post. hotel hotel muss kaufen muss kaufen und wenn viel besser spät hotel mario hotel joshi ja da ist echt eine hohe zahl ganz vollgewacht ich bin sie stolz auf dich ich habe mich auch ob der klein krimine der münzen abgenommen hat über das niemanden doris verdient nehmt mein geld muss doch nicht so viele einzahlen blub ich fleisch und dann einfach vorbei wer ist vor mir ich sehe richtig sexy aus er sollte sich die münchen zurück der bonbon glaube ich er will mich immer wieder leiden sehen wir haben gewinnen ja und zwar völlig zurecht machen kann spiel da kann ich nur gewinnen und nur sechs münzen gibt mir auch münzen wie soll ich so gewinn machen scheren spiel spielen spielen ja das scheren spiel nein ja warum nicht die scheren weil die scheren blödsinn ist ja so ein glücksspiel genau deswegen ja hier schießen einfach nur ja 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 und schießt auch die 100 das war keine 100 das war heute 2 1.100 ich glaube ja ja meine beiden sagen ich glaube man kann uns zusammen nur du und ich krieg die haben was gekriegt weil wir lassen bekommen 14 münzen ich habe nur vier ja weil das auch nur 18 jahre trotzdem voll wenig ich habe gewonnen hier gibt es nur für uns konfekt möchtest du was süßes möchte ein hotel kaufen ja nein ich möchte die bahnhofstraße kaufen die bahnhofstraße ich möchte gerne die schlossallee so einfach werden hotel zu kaufen ja was ist das ist super wird auch noch über losgehen meine 200 dann einstreichen wenn ich hier wäre jetzt zum einzig verarschen ich will ja aber nicht hin ist echt weit gekommen er hat mich direkt zum anderen zurückgebracht ich bin gefährlich zwei münzen das ist extrem jetzt wenig alle einpacken können und jetzt kommt mario wahrscheinlich in dem die münzen weg zwei sterne ja gut war schon mehr gewinnt da habe ich irgendwie schon zum ende irgendwie stein eigentlich aber bei bau so starten machen wir übrigens 30 runden weil das letzte brett ist ja und da ich doch da kommt noch was danach ja danach kommen noch die anderen wie viel kleiner sind nein ja willkommen mario wenn wir können die gehören für nur sie also die münzen warum investierte da sein geld rein man muss nämlich wissen denn wenn da drin 50 münzen sind und mir immer noch jetzt kriege ich den sternen und ist weil sie ist das ist doch sehen ich habe hier etwas aus und wir haben wir haben keine frage oder hier weiter gibt es noch nicht man sagt er zieht uns ja noch ab alle gegen alle gegen den fisch ich bin diesmal bei euch ich bin nicht allein ich bin ich bei dem spiel immer allein sammeln paar münzen vor uns nehme ich zurück nehme ich zurück und pack mir meinen korb das hat sich das hat sich ungemein sexy an was du da gerade gesagt hast welche bin ich denn der rote oder der blaue ist der blaue es geht schon wieder los ich bin schütze euch vor den spikes ich habe eine gefangen noch eine ich wurde nicht einmal getroffen aber ich die alle abgefangen habe ich habe mich geopfert ja das ist eine perfekte opfergabe aber da bist du gleich tot ich will sie mich eigentlich davon weil ich doch schon tot bin endlich mal wieder münzen wenn direkt investiert also direkt geld bekommen alles ausgeben ja geld 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 da tue ich mir jetzt sowas von zurück ok das kannst du dir holen natürlich nein nein tu es nicht du bist nicht jetzt schweig und da habe ich jetzt zwei drei oder sind jetzt 50 keine 50 auch insgesamt sind natürlich doch doch haha mein imperium wächst drei sterne ein nippel zwei nippel drei nippel oh gott mit auf den zweiten ja ja unser zweites ist ein premium als du ja guck dir mal diese villa an das in der burg irgendwann kommen wir 50 münzen dann nehme ich oh no ok 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 naja du hast man gar keine münzen hat drin habe ich gerade gesehen ja weil ich habe mich immer noch lange nicht reingezahlt weil ich nicht wollte ich komme ich komme wieder wenn ich 30 habe dann nehme ich es mir einfach weg dann nehme ich es mir einfach weg oh was ist oh das bringt dann schon wieder donkey kong es geht ab ja fährt ein auto hat sich in die stadt geschwungen er will seine münzen für büro investieren das hat meins von mir ein bisschen auf die sprüge investieren sein und sie wirklich in dieses hotel was weiß wie sowas geht der saung geschäfts von der kammer jetzt auf dem bauerfeld auftritt dann bin ich glaube ich alle minzen eine gewisse anzahl von dem hotel von jedem spieler da ist das stadt gemacht hat sind angekündigt und kürze bauten worden aufgepasst also da ist man ja irgendwie ist baute ja normal irgendwie dann haben wir alle problemen der ob gott der 42 minzen sich gerade er kann sich den hotel klauen durch dein hotel klauen warum meins normal ist meine empfehlung ist aber wachsen und wurde dem ist eigentlich das war der stand direkt bei mir und der der blubber da und kegel und dinge ja ich muss mich ja verpitzten auf diesen links landen auf den notenblock auf das glücksfeld ne finger weg von meinem hotel da steht mein hotel mir nicht mehr lange mann was für über 20 münzen und die hast du nicht bald da habe ich immer runter ja fall bitte nicht und laut gewinnt damit ich minzen krieg gewinn für uns ich gewinne wenn einer stirbt dann sterben obwohl ich sterbe lieber nicht verdammt ich habe da nicht so gemeint ich würde sagen wir mal einen schnitt runde 7 perfekt perfekt also bis zum nächsten mal tschüss